Lass mal ausprobieren. Es ist gerade thematisch am besten, würde ich sagen. Wie gesagt, Gruppen-P-Fahrzeuge, motorisch um zu fahren. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, bei 500 PS bei einer Tonne. Wir sind dafür, was eine Tonne? Eine Tonne wirkt eine Tonne. Das ist aber ganz schön viel. Der Audi war schwer. Auch ein Audi. Es gibt auch eine Mercedes-Ice-Track-Challenge. Hast du die gesehen? Ja, ich glaube nicht. Die sehen ganz interessant aus. Da gibt es auch irgendwie Combined. Das ist, glaube ich, wo du fahren kannst, wo du willst. Okay, wir haben ein Platz. Hey, hey, worry about it. You'll get it back. Hey, hey, worry about it. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020